Und da sind wir zurück zu Universal Pictures Comic Con San Diego 2014. Und die haben nicht so ganz so viel zu erzählen, denn es geht hier nur um Jurassic World. Dazu wurde nämlich ein Poster veröffentlicht, hier neben mir jetzt anzusehen. Und natürlich auch noch etliches mehr. Nämlich, dass Bryce Dallas Howard mit Chris Pratt mitspielen wird. Der Release ist geplant für den 12. Juni 2015. Und der ganze Film setzt natürlich 22 Jahre nach Jurassic Park an. Jurassic Park 1. Das ist sicher. Und das war's. Danke Universal. Danke euch fürs Zusehen. Guckt meine anderen Videos, Kritiken, Comic Con, News und Zuschauer Kino. Bis dann Leute. Ciao.